Zu dem Preis gibt es woanders nur die Fußmatten. Mieten Sie den Smart für nur 19,95 Euro pro Tag bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Wer zu spät zum Training kommt, der muss? Strafe bezahlen. Der beste Kölner Fußballer aller Zeiten? Ein Kasten Bier in der Kabine ist? Elfmeterschießen ist für mich? Mit dieser Person würde ich gerne einen Tag lang tauschen. Als Zuschauer habe ich lieber Spielerfrauen oder Meckerrentner? Ich denke Spielfrauen, weil die nicht viel Ahnung über Fußball haben. Nutellabrot mit oder ohne Butter? Mit Butter. Außer Fußball bin ich gut im? Einfach Zeit mit meiner Familie zu bringen. Im Auto singe ich? Ich kann nicht gut singen. Fußball bedeutet für mich? Sehr viel, weil das ist dieses Sport, das ich auch von der Kindheit von Anfang an gespielt habe oder gemacht habe. Und deswegen habe ich bis jetzt aufgehört Fußball zu spielen. Aber trotzdem bleibt es einfach innerlich. Ein Fußballer bleibt immer im Fußball. Weit unter Tarif bezahlt, mault aber nicht. Mieten Sie den Vitro für nur 6,90 pro Stunde bei Starcar, der günstig gelben Autovermietung. Kommande. Mehr Informationen über Transparenz wird zum nächsten Mal. Weitere Informationen zu dem Chantik Samar an.